Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch Band 3 der Dark Elements Reihe von Jennifer L. Amontrout vor. Wie heißt das Ding? Sehnsuchtsvolle Berührung. Erstmal zu den Basics. Das Buch kostet in der Kindle-Version 8,99 Euro, als gebundenes 16,90 Euro und als Taschenbuch 10,99 Euro. Es hat, ich muss kurz gucken, 336 Seiten. Ich finde die Preise in Ordnung. Taschenbuch vielleicht etwas teuer, aber ist okay. Nicht Taschenbuch, das Gebundene. Ist aber okay, finde ich. Die Gebundene sind halt einfach teuer. Zum Cover. Ich finde das Cover cool. Das passt zum Rest der Reihe. Wir haben jetzt hier einen Drachen vorne drauf. Ja, und das Ganze ist in so einem Grau-Ton oder Grau-Blau, glaube ich, gehalten. Ich kann das auf dem Bild hier immer nicht so gut sehen. Worum geht's? Band 3 der Dark Elements Reihe ist der letzte Band um Layla und Roth. Und es geht natürlich darum, dass... Wie soll ich das jetzt sagen, ohne zu viel zu spoilern. Also in der Stadt treibt sich ein Lilin rum. Das ist ein Abkömmling der Dämonenmutter Lilith, die ja auch Laylas Mutter ist. Und dieser Lilin will halt unbedingt Lilith, oh Gott, das ist viel Lilille, aus ihrem Gefängnis befreien. Und dazu ist er bereit, über Leichen zu gehen. Das Ding ist nur, dass die Wächter und natürlich auch die Dämonen, unter denen halt natürlich auch Roth ist und natürlich halt auch der Boss, das nicht zulassen können und wollen. Denn Lilith würde so eine Art Apokalypse auslösen und das will natürlich keiner. Und gleichzeitig will natürlich Layla auch verhindern, dass der Lilin immer mehr Leute tötet. Und deswegen verbünden sich Wächter und Dämonen, um den Lilin zu besiegen. Dabei tauchen aber Neuigkeiten auf oder eher Probleme und Schwierigkeiten, die das Ganze etwas verkomplizieren. Wie hat mir das Ganze gefallen? Ich bin noch so ein klein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt, von der Reihe. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass ich es gehört habe auf Spotify und es deswegen nicht so gut fand, wie wenn ich es selbst gelesen hätte. Die Story an sich finde ich eigentlich cool. Wir haben, also generell mag ich alles, was so Dämonen und Engel und so Sachen angeht. Und wir haben auch hier etwas ganz Neues mit diesen Wächtern und, also das Prinzip Wächtern natürlich nicht, aber mit Gargoyles so. Das habe ich jetzt bisher noch nicht gehabt. Und generell hat mir das Ganze wirklich gut gefallen, dass wir diesmal eher sowas hatten von die Protagonistin lebt schon in dieser Welt mit den Leuten und kennt schon alles und nicht die Protagonistin wird in diese Welt reingeworfen, muss erstmal alles kennenlernen. Das fand ich echt cool. Trotzdem war es viel Spannung auch da. Ich muss aber sagen, dass für meinen Geschmack einfach in der ganzen Reihe zu wenig Spannung war. Dann gegen Ende hin war es dann schon auch aufregend, aber es war jetzt nichts, was mich wirklich so absolut mitgerissen hat und gefesselt hat, wo ich dachte so, boah, ich kann nicht aufhören jetzt zu lesen. Ich muss das beenden, das ist so krass. Es war halt eher so, dass die ersten beiden Teile eher so ein bisschen dahin geplätschert sind und Teil 2, hatte ich ja auch in dem Video gesagt, endet dann genau an der Stelle, wo es dann spannend wird. Ich meine, gut, da setzt Teil 3 dann halt natürlich auch an. Aber dann tauchen da so Figuren auf, die dann im Rest des Buches aber gar nicht mehr auftreten. Und ich hätte es cooler gefunden, wenn diese Figuren und die Bedrohung, die von denen ausgeht, halt noch ein bisschen mehr mit reingenommen würde oder sowas. Also alles in allem muss ich echt sagen, fehlt es mir einfach bei den Büchern von der Autorin, zumindest die Urban Fantasy oder halt Jugend Fantasy, einfach an Action. Ich finde es super langweilig einfach. Ich meine, sogar bei Twilight war Action. Versteht ihr, was ich meine? Also ich weiß nicht, ich finde, die Dark Elements sind auf jeden Fall schon besser als die Lux-Reihe. Dazu kann ich nichts gegen sagen. Und ich finde halt auch das Konzept cool und ich finde auch die Protonistin besser irgendwie. Und ich habe das Gefühl, jetzt wo ich auch schon die From Blood and Ash gelesen habe, merke ich so eine Tendenz, wie die Autorin immer weiter in diese gute Richtung geht, weil die Bücher sind jetzt ja auch wirklich schon älter einfach, muss man ja auch sagen. Aber wie gesagt, also mir fehlt es da einfach ein bisschen an Schwung, an Action, an heftigen Charakterentwicklungen, heftigen Charaktermomenten. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es natürlich sein kann, dass ich viele solche Momente auch verpasse, weil ich diese gekürzte Version gehört habe. Das Ding ist halt, dass sich da eine Liebesgeschichte auch entwickelt, wo einige Szenen von rausgenommen wurden. Das merkte man dann jetzt auch wirklich deutlich in dem Hörbuch. Die Liebesstory hat trotzdem Sinn gemacht, aber es gab halt so Bemerkungen oder Randbezeichnungen oder sowas, die man nie zuvor gehört hat, wo man sagte, hä, der Roth hat zum Beispiel plötzlich einfach noch andere Hausgeister. Wo ich mir halt denke, wo kommen die her? Und es wurde halt einfach rausgestrichen. Das ist natürlich definitiv ein Nachteil, wenn man diese Hörbücher hört. Deswegen seid einfach vorsichtig oder überlegt euch genau, ob ihr die hören möchtet oder nicht. Ich fand es jetzt halt einfach praktisch für mich, aber ich habe auch auf jeden Fall beschlossen, dass ich jetzt Teil 4 der Reihe auf jeden Fall selber lesen möchte und Teil 5 dann auch. Hier geht es aber nicht mehr um Layla und Roth, sondern um Zane. Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt, was sich bei denen noch so ergibt. Gleichzeitig muss ich aber noch auch ein paar Sachen anmerken, die ich echt nicht so geil fand an dem Buch noch. Und zwar nicht nur, dass halt diese Spannung fehlte oder sowas. Die Protagonistin war in Ordnung. Ich fand sie jetzt aber halt auch nicht so inspirierend oder sowas. Und das finde ich immer sehr schade an Protagonisten. Aber kann halt auch nicht jeder Protagonist einen so umhauen, ist ja klar. Was mir das Buch ein bisschen madig gemacht hat, weil ich es lächerlich fand oder weil ich einfach lachen musste, war, nicht nur, dass die Autorin hat überproportional häufig einen Satz gebraucht wie und dann bewegte er sich so schnell, dass ich ihn nicht mehr sehen konnte oder sowas. Oder dass er halt vor mir stand, ehe ich es begriff oder so. Wo ich mir halt denke, dieses Mädel, das wächst mit solchen Wesen auf, die so schnell sind und sowas. Die muss eigentlich halt damit rechnen. Ich meine, sogar ich habe damit gerechnet, ja. Aber egal. Okay, das ist schon mal so eine Sache. Dann halt fand ich die Protagonistin, also ich kann so ihren Werdegang verstehen, also jetzt in der Liebesgeschichte, aber ich fand sie manchmal schon ein bisschen assi dem Zane gegenüber einfach. Also das muss ich echt sagen, okay, ich kann sie verstehen und im Endeffekt, ne, also keine Ahnung, aber man hätte es besser machen können, finde ich einfach. Ist so meine Sichtweise aber auch. Ich bin da auch ein bisschen empfindlich, glaube ich. Und dann, keine Ahnung, ich habe mir ein paar Begriffe aufgeschrieben, die ich einfach scheiße fand. Okay, also erstmal nennt Zane die Layla halt Layla-Biene. Das ist so sein Spitzname für die. Und ich finde Layla-Biene einfach, was ist das für ein Spitzname? Ich meine, der ist halt unnormal lang. Und das ist so, ich finde das voll scheiße, diesen Spitznamen. Ich meine, dann lass doch den Namen weg und nenn sie nur Biene oder sowas. Das fände ich irgendwie süß sogar noch. Auf jeden Fall, das fand ich schon nicht so geil. Und dann flucht die so und sagt, heiliger Müsli-Riegel. Und ich bin so, was? Hä? Also ich war richtig, ich saß so perplex im Auto, hab das Hörbuch gehört da so, hä? Was ist das? Und natürlich heilige Guacamole. Ich meine, klar. Okay, muss man jetzt sagen. Auf Englisch hieße das natürlich Holy Guacamole. Und das ist ja schon, was das sagt man aber so als Scherz, so wie See you later Alligator oder sowas. Aber du gebrauchst das doch nicht. Also, nee. Ich fand das auf jeden Fall so dämlich. Und dann ist die halt in so voll ernsten Situationen und denkt dann so, heilige Guacamole. Ich komme nicht klar. Ich fand das so bescheuert einfach. Also, das hat mir wirklich die Protagonistin, da dachte ich so, die ist ein kleines Mädchen. Oder wie bescheuert ist die eigentlich? Heiliger Müsli-Riegel. Wer sagt denn sowas? Wer denkt denn sowas? Vielleicht kannst du in einem Jugendfantasy nicht unbedingt Scheiße schreiben. Aber kannst du eigentlich schon. Also, keine Ahnung. Aber das fand ich echt, also das fand ich so lächerlich, dass ich wirklich drüber lachen musste schon. Das ist ja so dumm einfach. Ja, deswegen, ich bin tatsächlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, wenn ich nur die Bücher von der Autorin kennen würde, wäre ich super enttäuscht von ihr und auch von dem Hype um sie. Aber, weil ich jetzt halt von From Blood and Ash so geil fand, denke ich mir, vielleicht schaue ich mir noch andere Reihen von ihr an. Wenn ihr also Empfehlungen dahingehend habt, dass ihr sagt, keine Ahnung, im Glanz der Dämmerung oder so heißt, glaube ich, auch ein neues Buch von ihr. Wenn ihr das gelesen habt und ihr findet es gut oder man könnte es mit From Blood and Ash vergleichen oder so, dann schreibt es super gerne in die Kommentare. Aber bedenkt, dass ich die Lux-Reihe und die Dark Elements-Reihe jetzt wirklich nicht so gut fand. Ich gebe dem Buch jetzt, trotz meiner Einstellung, oder nee, ich gebe dem Buch so... Sagen wir dreieinhalb Sterne oder sagen wir vier Sterne. Ich finde nämlich eigentlich wirklich die Story cool... Nein, sagen wir dreieinhalb. Dreieinhalb ist besser, weil ich finde die Story gut und auch die Welt, in der es spielt, aber wirklich diesen absoluten Mangel an Action und krassen Enthüllungen und sowas fand ich halt wirklich ätzend. Und dann die Protagonistin, was ich eben gesagt habe, mit dem Holy Guacamole und so. Das finde ich halt... Also, ja, nee, sorry. Ich finde auch, Roth zum Beispiel hat so einen richtigen... Der hat so richtig Potenzial, richtig geil zu sein. So ein Damon oder so. Damon Salvatore, meine ich. Oder so ein Hawk. Aber halt eine jugendlichere Version von dem. Aber der macht halt so das ganze Buch über einen auf hart und gefährlich. Aber eigentlich bekommt man davon gar nichts mit. Ich fände es cooler... Vielleicht liegt es jetzt halt auch an den rausgeschnittenen Zähnen. Das kann ich halt so nicht beurteilen. Aber ich fände es cooler, wenn man mal wirklich sehen würde, wie mächtig der Typ eigentlich ist. Oder dass der halt eine richtige heftige Bedrohung ist oder so. Das hätte dem Ganze viel mehr Spannung gegeben. Ja, deswegen meine Einschätzung. Also, ich bin wirklich nicht begeistert von der Reihe. Es ist so was Nettes wie Looks, was man halt so nebenher lesen kann oder mal so zwischendurch oder so. Aber, um ehrlich zu sein, verstehe ich den Hype darum jetzt eher nicht. Ich weiß noch nicht, was ich euch beim nächsten Mal vorstelle. Wenn ihr es wissen wollt, dann schaut gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Da heiße ich auch Liliteratur. Da gibt es auch Content zu Büchern. Und sonst drückt den Abo-Button, aktiviert die Glocke. Dann könnt ihr nämlich hier auf dem Kanal auch nichts mehr verpassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob es euch gefallen hat. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen von der Autorin habt, auch super gerne. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.